Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Efters wird am Start und zwar in der nächsten Rive der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um einen Battery Case vor das iPhone X. Allerdings ohne das iPhone X. Ziemlich ärgerlich. Eigentlich wollte ein Kumpel von mir sich das iPhone X schon mal holen. Aber irgendwie gab es da wohl, ja, ich weiß auch nicht, Verzögerungen, Lieferprobleme. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Im Endeffekt, er hat es jetzt leider nicht. Schade, ich hätte es gern damit mal getestet. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die Case an der Stelle so. Vielleicht kann ich das Ganze irgendwann nochmal nachholen, wenn ich ein iPhone X nochmal zwischen meine Griffel kriege. Da ich aber sowieso keine Apple-Produkte im Moment besitze, ist das für mich relativ schwierig. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Und ansonsten kann der gute Bengel das Gerät als Schutzhülle bzw. als Videoständer bzw. als Zusatzaggo benutzen. Was jetzt hier bei euch, wenn ihr euch dafür interessiert und auf das Video geklickt habt, wahrscheinlich auch der Fall sein sollte. Okay, was haben wir hier also? Wir gucken erstmal wunderschön rein. Wir haben eine wundervolle Hülle und zwar mit einem kleinen Sichtfenster. Krümel da schon wieder mitten im Weg hier. Was soll denn das? Und eine kleine Besonderheit hier dran ist, dass wir hier natürlich einen 4000 mAh Akku drin haben. Oder auch was Besseres noch. Wir haben eine Möglichkeit und zwar haben wir einen magnetischen Ständer dran. Ständerteile, Freunde, wa? Ja, nee, und zwar Ständerteile an der Stelle. Der ist flexibel überall. Guck mal, Magnetdots innen drinne dran gebracht. Das ist ja fetzig. Ist flexibel überall anbringbar. Gucken wir mal das ganze Gerät an hier. Ich habe erst gedacht, das muss so nicht sein, weil ich dachte, das fällt dann etwas auseinander. Muss doch so sein. Hat sich dann so rausgestellt. Weiß zwar nicht warum. Wir haben jetzt hier die 4000 mAh, die bringen uns 14,8 Wattstunden. 3,7 Volt natürlich, ja. Dann haben wir Output, 5 Volt bei 1 Ampere. Input, 5 Volt bei 1 Ampere. Also ist jetzt keine Ladeschnelligkeit ohne Ende. Der hat unten einen Lightning-Port. Das ist mit Metall versehen. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich hatte sowas beim S4 und beim S7. Und das Ding daran ist, die hatten dann Plastikverkleidung ringsherum. Also beim S4 ist kaputt gebrochen. Beim S7 hat durchgehalten, fand ich ganz lustig. Aber wie gesagt, hier bei dem Gerät jetzt hier alles direkt aus Metall. Also das sieht schon mal sehr wertig aus. Da habe ich, denke ich mal, nicht so die Bedenken. Hier unten die Lautsprecherschlitze, denke ich mal. Würde ich jetzt mal so behaupten, vielleicht auch eine Seite Mikrofon. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch nie ein iPhone X in den Griffeln gehalten. Ob das jetzt hier Dual-Lautsprecher sind, werden wir da noch sehen. Auf jeden Fall sind die Aussparungen da. Wir haben hinten den Power-Button, worüber das aktiviert werden kann. Das kleine Lade-Pad, sage ich mal. Und das Lade-Case natürlich ist ja ein Case. Dann haben wir die vier LEDs. In blau leuchten die hier in 25% Schritten. Je nachdem, also das heißt 25%, sprich 1000 mA sind 25%. Also pro Punkt sind 1000 mA, ungefähr. Dann haben wir hier an der linken Seite natürlich noch die Aussparungen für Lautstärketaste, sowie was auch immer da für eine Taste ist beim iPhone X. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Hier Power-Button, ganz logisch schon mal. Ja, ist alles zwar gummiert, also es ist gummiert, aber mit Plastik unterlegt. Das ist auch soweit schon mal nicht schlecht. Auf der Rückseite haben wir ja bloß, wie gesagt, das Logo. Ansonsten sieht das ganze Case ringsherum ganz praktisch aus. Das muss ja mal weg. Das wird hier alles nicht so scharf, wie ich das gern hätte, weil der sich auf den weißen Knipsel-Schnipsel da hinten konzentriert. An der Oberseite, an der Unterseite, hatte das iPhone X keinen 3,5 mm Klinkenausgang? Kann das durchaus sein, ja. Ist möglich, ja. Deswegen wird er auch nicht ausgespart sein. Das fällt mir bloß gerade so auf. Normalerweise gibt es das ja hier beim S8, sag ich mal. Das hat ja noch, so wie das S9, hat ja sowieso noch den Klinkenausgang. Ansonsten sitzt das hier relativ stabil drauf. So wird es jedenfalls beworben. Was mich jetzt so ein bisschen stutzig gemacht hat, ich dachte, das fällt auseinander, weil wie gesagt, wir haben zwei Magneten hier oben drin, die sehen wir da. Das sind drei Pins tatsächlich nur und dann hier so eine kleine Nase. Ich hoffe, dass das dann auch im Endeffekt fest drauf sitzt. Wenn das Handy jetzt mal runterfällt, wir lassen es mal fallen. Ja, ist es auf jeden Fall geschützt, weil das Displayglas ist ja hier innen drin und ringsherum haben wir dann die gewölbte Hülle. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber anscheinend fällt der Magnet vorne nicht gleich ab. Nur wie das ist, wenn das Handy davon entgegen drückt, das kann ich jetzt nicht testen. Und wenn er jetzt sein neues iPhone X haben sollte, werde ich es bestimmt auch nicht aus einem Meter runterschmeißen. Es ist einfach nur mal interessant zu wissen, ob sowas funktioniert. Was aber noch viel imposanter ist, ist, dass man diesen Magnet an der Rückseite beliebe ich, also ich beliebe es und es ist wirklich beliebig, kann man einfach verstellen. Das ist ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich so noch nie gesehen. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Es wird wirklich beworben, dass man das, egal wie, guck dir das mal an hier. Mensch, nur, komm her, als wenn der Tisch magnetisch ist oder was. Auch das funktioniert. Das heißt, ihr habt also wirklich die Möglichkeit, das Teil damit zu fixieren. Naja, wenn es denn hält. Und dann habt ihr euren Stand und könnt da Videos drüber schauen oder skypen oder sonstige Videos gucken oder Musik hören oder einfach nur, weil es cool aussieht. Ist also alles möglich. So geht es natürlich nicht. Und logischerweise geht das so hier oben auch nicht. Würde ja umfallen. Aber wenn ich das Ganze hier hinten so dranpinne, ist es so möglich. Also egal wie. Ich glaube, so wird es aber effektiv genutzt werden, weil so ist der meiste Standpunkt da hinten dran. Und es kann, naja, es kann schon umfallen, aber das Gewicht vom iPhone ist natürlich dann ja auch noch drin. Finde ich auf jeden Fall eine lustige Sache. Hier wird nochmal direkt erklärt, wo sich der Akku befindet. Ist eigentlich relativ uninteressant. 200 Gramm wiegt es. Ja, das ist nun mal so. Soll zwei Stunden dauern beim Aufladen. Da kann schon mal was nicht stimmen. Weil hier drin steht ja, dass wir maximal Input von 1 Ampere haben. Und 4000 Milliampere brauchen dann mindestens 4, 4,5 Stunden. Das ist einfach so. Und Lipo-Limer-Zellen-Akku. Das ist geil. Ist gar keiner dagegen gekommen. Ja, als wenn hier gerade Erdbeben war. Okay, so soll das also sein. Fürs iPhone X ist es definitiv kompatibel. Wird hier immer wieder betont. Push Mobile with Blablabla. Aha. So soll man es also machen. Wir sollen es nach oben rausdrücken. Das heißt, diese kleinen Arme halten das iPhone sozusagen drin. Also es kann nicht nach vorne rausfallen. Ist nicht möglich. Weil es einfach umschlossen ist. Das ist ganz praktisch, muss ich sagen. Es ist sozusagen wie bei dem Zenfone hier. Da geht ja die Hülle hier auch minimal drüber. Das ist unscharf. Da. Genau so. Das ist dann so eingeschlossen da drin. Sehr praktisch. Man soll es von oben nach unten einführen. Und von unten nach oben ausführen, liebe Freunde. Ansonsten nicht irgendwie so biegen oder machen und tun. Also so wie ich jetzt hier zum Beispiel die Hülle lösen würde, ist falsch. Ja. Ich müsste es dann nach oben rausschieben. Je nachdem. Was haben wir denn hier unten noch? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit natürlich, achso, den Lightning-Anschluss direkt hier rein zu putten. Und dann wahrscheinlich auch Passwort zu laden, würde ich jetzt mal grobartig sagen. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja. Es steht jetzt hier auch so auf 100% gar nicht. Ich muss jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Ich würde es immer so machen. Ich würde erst das iPhone aufladen und dann das Case. So habe ich es beim Galaxy S7 auch gehandhabt. Umso mehr Akkulaufzeit hast du einfach. Wenn du jetzt natürlich erst das Case auflädst und aus dem Case raus das iPhone, beziehungsweise anders bei jedem anderen Smartphone, ist es natürlich auf Dauer jetzt nicht so gut für den Akku, weil der ja die Energie nur durchschleifen muss. Ja. Wie sieht das Ganze eigentlich aus? Auf Amazon sieht es so aus. Kostet 33,47. iPhone X Battery Fall. Naja, ich hoffe nicht, dass die Batterie runterfällt. Aber auf jeden Fall haben wir das Ganze hier mit extrem viel Schutzmechanismen. Hier sehen wir das Ganze nochmal schön anzuschauen. Magnetisch. Egal wie, ihr könnt es also in verschiedenen Höhen so anbringen. Ah, dann liegt das Ding fast, dann steht es etwas mehr oder ganz unten und es steht aufrecht. Genauso soll es sein. Finde ich, wie gesagt, eine praktische Sache und es erleichtert euch auf jeden Fall das ein oder andere Mal die Akkulaufzeit etwas auszureizen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier bei 33,47, wenn das Ding wirklich seine 500 Zyklen durchhält, wäre das schon mal eine schicke Sache und ich glaube bei 33,47, wenn das iPhone X 900 bis 1000 Euro kostet, ist relativ egal. Die Akkuhülle ist ausschließlich für das Apple iPhone X gedacht. Was geht denn mit keinem anderen Telefon? Man kann es einfach nicht nutzen ansonsten. Das können wir jetzt hier mal machen. Verdoppelte Batterielebensdauer. Verdoppelte? Hat das iPhone X nur 2000 mAh? Ist das möglich, ja? Bonus-Funktion. Die einzigartige Magnet-Handyhalterung dieser Hülle kann an der Rückseite des Handys befestigt werden und macht es zum exzellenten Stender-Time, liebe Freunde. Ja, so sieht es aus. Also ich fand es eine ziemlich coole Sache als Akkuerweiterung, als Schutzmechanismus und gleichzeitig, wenn man in der Küche mal irgendwie Netflixen will, nebenbei, dafür ist das definitiv zu gebrauchen. Falls ich, wie gesagt, das Ding nochmal in die Griffel kriegen sollte, ich werde mich definitiv nochmal melden. Wir gucken mal spaßhalber, wie viel der hier reinlässt, amperemäßig, ob es wirklich nur 1 Ampere sind oder ob mehr geht. So, das Ganze natürlich vorschriftsmäßig hier mit einem schönen Lightning-Kabel von Anker. Kein eigenes Apple-Produkt besitzen, aber Ladekabel mit sich rumschleppen, das sind die richtigen. So, wir gucken mal ja ganz kurz rein hier, wie das so funktionieren soll. Was nimmt er denn maximal an Ladung? Gar nichts. Ach, guck mal. Da bin ich jetzt, achso, ich seh's gar nicht. Da ist es. Bin jetzt relativ erstaunt, muss ich sagen, weil er wird ja beworben damit, dass lediglich 1 Ampere reingehen. Und das habe ich mir ja nicht ausgedacht, steht ja da Input 1 Ampere, Output 1 Ampere. Habe ich jetzt wirklich gedacht. Aber selbst mit der Auki-Powerbank schaffen wir schon 1,4 Ampere bei 5 Volt. Dann dauert der Aufladevorgang doch keine 4 Stunden, sondern vielleicht doch nur 2,5 bis 3,5 Stunden. Je nachdem. Das kommt natürlich immer ganz drauf an. Aber das wusste ich jetzt, hätte ich vorher jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist möglich. Wir gucken mal hier, ob hier, na klar, Quick Charge bringt jetzt nicht mehr Erfolg über den anderen Port. Und ich will es einfach mal interessanter halber sehen. Auch hier 1,3 Ampere. Gehen in das Case rein. Das blinkt dann so schön lustig. Es ist jetzt sowieso fast vollgeladen. Ist jetzt bei vielleicht 75, 80 Prozent oder so in dem Dreh. Also definitiv kann man damit was anfangen. Auf jeden Fall nochmal zur Rückfläche. Man sieht vielleicht schon so leichte Unebenheiten. Das ist aber jetzt hier anscheinend nicht weiter schlimm. Das ist bloß so ein beschichtetes Material. Wenn ich da ein paar Mal drüber wische, natürlich sehe ich dann hier schon die ein oder anderen Abnutzungsspuren. Das ist schon echt traurig. Aber es ist halt so ein bisschen wie gummiert. Wenn ich jetzt mit dem Fingernagel drüber kratzen würde, ist es natürlich nicht kratzerresistent. Guck mal, 1,4 Ampere. Das geht richtig steil. Das geht steil. Das liegt aber nur am Ankerkabel, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja, definitiv coole Sache. Kann man auf jeden Fall sich mal geben, wer einen Kumpel oder selber ein iPhone X hat. Für den ist es, denke ich mal, ganz praktisch, weil ich sage mal so, wie es ist. Das ist hier einfach, das ist das beste Gadget, muss ich ganz ehrlich sagen. Neben dem Akku. Und das haben jetzt die meisten Handys sowieso drin. Die haben jetzt hier so eine Klappständer drin. Also früher hat man den Spaten oder den Klappstuhl ausgegraben. Heutzutage klappt man den Handyständer aus. Und kann sich dann gemütlich in der Küche sein Essen zubereiten oder, was weiß ich, die Mittagspause überbrücken. Ihr seht das ja auch hier, ist viel besser. Also muss ich nochmal ansprechen an der Stelle. Hier kann ich ja nur eine feste Sache arretieren. Und das ist hier natürlich von der Sache ja viel besser, weil ich einfach variabel, guckt euch das an, ja. Ich kann das einfach variabel hin und her schieben. Der wird sich freuen, weil er jetzt schon die ersten Kratzer drauf hat. Ich freue mich auch. Na gut, wie soll es auch weitergehen? Ich habe euch das Produkt in der Infobeschreibung mal verlinkt. Bin ziemlich amused, sag ich mal, wie das Ganze hier so abläuft. Ich bin gespannt, ob das dann auch mit der Ladetechnologie so hinhaut vom iPhone X, was ja nun marginal schneller lädt als alle anderen iPhones. Aber wenn hier sowieso nur 1 Ampere rauskommt, das können wir eh nicht nachvollziehen. Hier kann man keinen Multimeter zwischenschließen. Es sei denn, man müsste einen Adapter dran bringen. Aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Produkt ist verlinkt in der Infobeschreibung, wem es gefallen hat. Leilen, ja, leilt, wenn ihr zu viel getrunken habt, dann leilt ihr. Ansonsten liked ihr vielleicht, teilt ihr vielleicht und wer Bock drauf hat, schaut auf den Amazon-Link, der sich für dieses Produkt interessiert. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.